Hi, wir sind Olo und Bela von Just Spices und wir kochen heute bei der InStyle ein mega leckeres Sudel Dreierlei mit einem Purple Curry. Noch ein Tipp von mir, wer keine Sudelmaschine hat, kann sich auch super mit einem Sparschäler aushelfen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.